YouTube-Rapper Moise will laut eigenen Angaben die Welt einnehmen. Dafür baut er sich nun ein Team auf und jeder seiner Mitarbeiter soll 10.000 Euro im Monat verdienen. Jetzt hat er Blut geleckt und meint es total ernst mit seiner neuen Arbeit. Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier, so wie auf Instagram Rap Check. Nach dem Drama in der letzten Firma, wo er gearbeitet hat, musste schnell was Neues her. Moise ist ein fleißiger Arbeiter, der sich immer wieder in neuen Bereichen ausprobiert und das Beste draus macht. Nun hat er seine neue Stelle gefunden und plant mindestens 100 Mitarbeiter einzustellen. Außerdem glaubt er fest daran, dass jeder der für ihn arbeiten will, mindestens 10.000 Euro im Monat verdienen kann. Wie genau die Arbeit aussieht ist nicht bekannt, aber laut eigenen Angaben soll alles ganz sauber durch ihn laufen und er behält die Kontrolle. Auch über sein neues Auto macht er sich bereits Gedanken. Anfangs wollte er ein Porsche fahren, ändert jetzt seine Meinung und präsentiert diesen Lambo. Damit will er in Zukunft die Straßen unsicher machen und als Werbeschild für seine Firma nutzen. Bald geht der Bewerbungsprozess los und wir erfahren dann, wie es weitergeht mit dem YouTube-Rapper. Pumpfest 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 Vielen Dank.